Alle zwei Wochen trifft sich eine kleine Runde am Montag im kleinen Pfarrsaal in Zwölffachsing zum Bibelteilen. Frau Witt-Döring, Sie sind die Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat und auch die Organisatorin vom Bibelteilen. Da trifft sich meine Runde am Montag und was passiert da? Wir treffen uns einmal im Monat, am zweiten Montag jedes Monats. Wir kommen zusammen, wir machen ein Einführungsgebet, wir lesen die Bibelstelle des Evangeliums des nächsten Sonntags, wir lesen es zweimal durch, dann halten wir eine kurze Stille und dann teilen wir miteinander, was uns die Bibel sagt, beziehungsweise was uns anspricht, was unser Herz trifft, was unsere Alltagssituation trifft und darüber reden wir dann. Es ist schon eine gewisse Stammrunde, aber prinzipiell ist es für alle offen, die gerne kommen wollen, also jeder ist willkommen, aber es ist eine Stammrunde. Frau Munk, Sie nehmen ja nicht nur an Bibelteilen teil, sondern Sie sind auch eine gute Kennerin der Kirche, Sie sind eine besondere Kirche. Ja, unsere Kirche ist 52 Jahre alt. Wir haben vor zwei Jahren ein großes 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Unsere Kirche ist der heiligen Dreifaltigkeit geweiht. Und das Besondere an unserer Kirche ist, dass sie vom Architekten Clemens Holzmeister gebaut wurde. Es war eine seiner letzten Kirchen und deshalb steht unsere Kirche auch unter Denkmalschutz. Also für mich ist das meine Kirche. Ich bin hier nach Zollfaxien gekommen, da war ich acht Jahre alt, da hat es noch die alte Kirche gegeben. Und während ich hier gewohnt habe und auch immer am kirchlichen Leben teilgenommen habe, ist diese Kirche gebaut worden. Und ich bin eigentlich von Anfang an immer in dieser Kirche gewesen. Und was ganz besonders ist, ist unser Fenster. Das ist nach Westen ausgerichtet und leider haben wir heute keine Sonne, aber wenn da die Abendsonne reinscheint, ist die ganze Kirche mit Licht erfüllt. Und dieses Fenster symbolisiert die Taufe. Im Innenhof steht ja auch ein Mandelbaum, der gerade in voller Blüte ist. Wie lange steht denn der Baum schon da, wissen Sie das? Ah, das weiß ich nicht genau, aber ich denke, dass unser vorheriger Pfarrer Helmut Brandstetter, der hat einmal so einen Mandelzweig, glaube ich, aus Israel mitgebracht und hat den hier eingepflanzt und das ist dieser Baum. Und die Texte, die gelesen werden, was nimmt man dann da mit oder wie nimmt man das anders wahr als in der Messe? Es ist so, dass man es viel intensiver wahrnimmt, dadurch, dass man es zweimal liest und irgendwie nicht in dem ganzen Kontext der Wort Gottesfeier hat. Und es ist faszinierend, dass er einem eben immer irgendetwas anspricht, obwohl das 2000 Jahre alt ist. Wie lange wird es die Bibel, das Bibelteil noch geben oder wo kommt das eigentlich her? Ich hoffe, es wird es immer geben. Es wäre schön, wenn es es immer geben würde in jeder Pfarre. Es kommt daher, dass, also eigentlich aus der Input von der Erzdiözese, dass es eben wichtig ist, dass wir uns als katholische Christen mit der Bibel befassen, dass das unser wichtigster Bestandteil ist und dass wir sie viel zu wenig kennen, auch wenn wir sie am Sonntag hören in der Messe, aber dass es wichtig ist, dass wir uns damit befassen und das ist eben eine Initiative der Erzdiözese gewesen. Ja, das ist ja. Vielen Dank.